Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Deko. Heute dekorieren wir zusammen die Kalenderwoche 19. Ich habe mir hier schon ein paar Sachen rausgesucht. Es wird ein bisschen vom Stil her, glaube ich, ähnlich wie die Woche 17. Ich habe mir wieder dieses Karotap ausgesucht. Das Tap hatte ich da ja auch verwendet. Allerdings werden es diesmal nicht die städtischen Motive, sondern die maritimen. Und ja, ich dachte mir, ich kombiniere das Ganze ein bisschen schicker mit meinem Rosegold Tape und habe mir aber auch noch diese Wassersticky Notes dazu gelegt. Also mal gucken, wie das dann irgendwie alles zusammenpasst. Das fügt sich dann hoffentlich mit der Zeit. Und ich fange, glaube ich, jetzt geht es wieder los, ich glaube, ich fange wirklich mit diesem Wassersticky Note an. Weil ich den sonst, glaube ich, einfach gar nicht mehr untergebracht bekomme. Ich finde den aber richtig cool. Ich möchte den allerdings nicht so, ja, geradkantig lassen, sondern ich reiße mir den so ein bisschen zurecht. Und werde mir den dann passend auf dem Blatt verteilen. Ich war gerade kurz am überlegen. Und dann habe ich mich noch an. Vielen Dank. Und die Ecke hier passt gerade irgendwie nicht so richtig, aber vielleicht reiße ich auch einfach hier so einen kompletten Rand weg. Und das mache ich glaube ich nochmal. Und das mache ich nochmal. So, mal gucken, wo genau ich die dann platziere. Ich glaube, das hier gefällt mir nicht so besonders. Dann mache ich glaube ich lieber drei solche Stückchen. Alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal, wie das so passt. So, frocki doki. Ja, ich glaube ich werde die schon mal ein bisschen festkleben. Ich kann sie ja immer noch verschieben, weil das ja kein permanenter Kleber ist. Ich weiß nie, warum ich dieses Ding halten muss. Das ist echt schrecklich. Okay. Okay, 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 okay. Das ist da hier. Und den klebe ich jetzt hier so irgendwie random. Gut, das finde ich aber schon mal nicht schlecht. Ich habe mir hier wieder vorne meine Sticky Nutzern geklebt, die vorher in der Deko waren, was wann passiert ist, damit ich da mich so ein bisschen nachrichten kann. Ähm, da muss ich einmal kurz einen Blick drauf werfen und ich wollte auf jeden Fall ja hier die Maritim-Sachen benutzen. Ah, den Leuchtturm habe ich gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Ähm. Genau, also ich habe mindestens drei Sachen, das ist schon mal gut zu wissen. Das hier soll ja auch noch mit rein. Äh, allerdings mache ich das, glaube ich, diesmal nicht so breit, sondern nur halb. Und dann sage ich mal, wie ich Seiten füge. Und dann sage ich mal, wie ich Seiten füge. Jetzt habe ich meinen Nagellack damit auch aufgeklebt. Ups. Oh Mann. Also, ich habe mir den eben neu lackiert und ihr seht auch, dass ich das Papier wieder so ein bisschen komisch anfasse. Also, ich blitsche hier gerade überall gegen und verteile den jetzt gerade überall. Was ein bisschen nervig ist, aber ich wollte jetzt nicht noch länger warten mit dem Film. Ähm, so. So. Jetzt überlege ich, ob ich das nochmal damit auch mache. Dann müsste ich allerdings die Ränder wegreißen. Ich werde das nicht los. So. Einmal umgedreht. Und nochmal das Ganze. So. Und das werde ich aber, glaube ich, auch hochkant kleben, weil das jetzt so ein ziemlicher Bruch wäre, wenn das jetzt so lang gehen würde. Ähm, das kommt einfach. Ziemlich genau mit noch ein bisschen. So. So. Das finde ich schon ganz gut. Und dann geht es hiermit weiter. Dann muss ich einmal das erste hier abschnippeln. Ich klicke jetzt mal hin und dran. Ich habe die Rolle nämlich zweimal. Das ist hier eine, wo ich ganz viele Samples abgegeben habe und die selber irgendwie erst vor zwei Wochen das erste Mal benutzt habe. Und, ähm, ja. Die wird jetzt alle gemacht. Und dann habe ich ja noch eine. Auf jeden Fall sind wir am Samstag, müsste das gewesen sein, oder? Am Freitag sind wir Bötchen gefahren. Das markiere ich mal mit diesem Schiffenring. Das hier ist auch ein schönes Lützchen. Und die Mühle. So kommt. Und hier ist auch hier. Und den Leuchtturm habe ich noch. Das andere ist so ein Mark sieht das aus. Könnte ich auch noch benutzen. Mal schauen. Oh, Salat. Da ist die Rolle mehr. So. So, ich schneide das hier noch ein bisschen besser aus. Und, äh, wenn ich Bötchen fahre, äh, wenn ich Bötchen fahren sage, ähm, mache ich dann mit so einer HVV-Fähre, weil ich bin ja aus Hamburg. Und es ist sehr praktisch, dass man dort, ähm, mit dem normalen, ähm, U-Bahn-Ticket, also mit der normalen Tageskarte oder, ähm, Einzelkarte, auch die Fähren benutzen kann. Und das habe ich dann auch direkt mit, äh, mit meinem Freund gemacht, dass wir, ähm, zum Elbstrand gefahren sind. Und es war sehr, sehr schön. Und es ist halt super praktisch, dass man dafür nicht extra noch 20 Euro ausgibt, um ein bisschen auf der Elbe rumzuschüppern. Weil diese paar Kassentouren sind, äh, ja, verhältnismäßig doch relativ teuer. Was hatte ich jetzt hier noch? Die Markt. Das war die Kassentouren. Der kommt dann noch runter. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich habe hier schon so ein Riesenhäufchen an Lüge. Aber was soll's. Ich wollte eigentlich noch dieses Tape benutzen. Und markiere mir damit noch so ein paar prägnante Sachen, die bis jetzt sind. Unter anderem ist am Mittwochabend mein Freund zu mir gekommen. Das kann man sich dann doch schon mal markieren. Oh, shit. Dann waren wir am Donnerstag am Strand. Das ist ein R vibes. Okay. 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 Vielen Dank. Andersrum, weil ich da auf der anderen Seite das auch über dem anderen Tape habe. Ja, das gefällt mir besser. Da waren wir schön baden, abends musste ich noch arbeiten und dann haben wir uns noch den Sonnenuntergang angeguckt. Das sieht mir nur gerade hier ein bisschen viel mit dem Tape, vielleicht schreibe ich das einfach so später dahin. Dann waren wir am 12. wie gesagt, ein bisschen Sightseeing machen und waren bei Elbe unterwegs. Und am Samstag, da werde ich jetzt nichts dazu kriegen, weil das ist sonst ein bisschen viel, da waren wir auf jeden Fall sehr lecker essen. Und am Sonntag ist, werden wir nach Hause gefahren. Und das machen wir mal wie... Genau, was war am Anfang der Woche noch so los? Irgendwie ist der hier gerade zu viel, oder? Ich frage es, ob ich den einfach da wieder abbekomme. Das war knapp. Okay, aber irgendwie gefällt mir das so besser. Das war gerade zu viel auf einer Seite. Anfang der Woche... Ich musste auch irgendwann nochmal arbeiten, ne? Am Dienstag und Mittwoch habe ich gearbeitet. Ähm... 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 Ich habe den breiten Streifen geklebt. Äh, irgendwie passt das nicht so ganz so. Dann habe ich hier noch einen... So... Genau, und ich wollte das, äh, mit dem weißen Stift wieder da drauf schreiben. Das gefällt mir meistens, äh, ganz gut auf dem Tape. Deswegen will ich das hier auch wieder machen. Und dann schreibe ich das einmal kurz. Und ich denke mal, ich mache das in der Timelapse-Files einfach mal ein bisschen schneller. So... 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 So.... Right here to... So... Bis zum nächsten Mal. 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 Habe ich ziemlich viel schon mal eingetragen. Ich werde jetzt hier die Seiten noch auseinander schlippeln. Und dann bin ich glaube ich soweit auch durch. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch im Planer. Vorher muss ich hier allerdings noch ein paar Löcher stanzen. Okay, so sieht das Ganze jetzt im Planer aus. Ich hoffe euch hat die Deko gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.